Mach die kaputt. Na schön, folgender Plan. Wir beide werden weiter nachdenken. Ich muss jetzt rausgehen und das einfach machen. Muss ich da hin oder was? Du hast ja doch, da kommst du her. Oh, warte, ich hab's, ich hab's, ich hab's. Nein, nein. Hey, warte mal, wo gehst du hin? Hast du eine Idee? Ja. Na schön, dann tu, was du denkst. Komm aber gleich wieder raus. Da komm ich doch gar nicht hin. Die fliegen jetzt hier irgendwo lang. Ich weiß nicht mehr wo und dann musst du dich nicht mehr. Antwort. Nein, die werden ja immer so rübergeschleudert, wenn die außer Teeble. Antwort. Ja. Ja, jetzt musst du die da fangen, bevor die Arme... Sag mal, was geht da drüben vor? Antwort. Ich bin ja immer noch hier und zerbreche mir den Kopf. Ja, halt die Fresse. Vorlage. Antwort. Hallo. Hallo. Ich fang den sowieso nicht. Vorlage. Antwort. Ja, okay. Mann. Danke, du. Nein, ich fang den. Nein, ich fang den. Nein, ich fang den. Nein, ich fang den. Aua. Ich fang den. Nein, ich fang den. Scheiße. Vorlage. Antwort. Alter, du hast mir den Arsch gerettet. Vorlage. Antwort. Warum sind eigentlich immer die Typen falsch, wenn die Frauen richtig? Was ist denn da? Antwort. Warum musst du mir eigentlich das jetzt verraten? Sonst sagst du immer, oh, ich muss das Hirbe rutschern. Was hast du da? Da hätt ich nie rausgekommen, wärst du. Was, was machst du? Vorlage. Oh, perfekt. Das ist perfekt. Neue Vorlage akzeptiert. Wenn wir Glück haben, merkt sie gar nicht, dass alle ihre Türme nichts taugen. Genial. Okay. Du achtest auf das Fließband und ich mach uns die Tür auf. Ja, guck dir das mal an jetzt. Vorlage. Antwort. Okay, der Meisterhacker fängt jetzt an. Von Weitem sieht es ein bisschen leichter aus. Das dauert etwa zehn Minuten. Behalte die Tür im Auge. Mann, ja, da kommt knapp. Das hier ist ganz schön kompliziert. Seit wann ist die Tür denn schon auf? Hast du nicht bemerkt, dass sich die Tür geöffnet hat? Es muss doch ein Summen oder ein Warnton oder einen Hackeralarm gegeben haben. Klar, das Wichtigste ist, die Tür ist offen. Aber beim nächsten Mal, sag doch irgendwas. Huste wenigstens. Antwort. Du hast Probleme. Schön, also ihre Geschützturme kann sie vergessen. Dann kümmern wir uns jetzt mal um die Nervengiftanlage. Nein, was ist hier? Ja. Ach, hier. Ah. Scheiße. Ah. Ja, so müssen wir. Vater-Tochter-Tag in der Fabrik. Das konnte ja nicht gut gehen. Und? 40 Kartoffel-Batterien. Das ist echt peinlich. Klar, es sind noch Kinder. Aber wirklich genial war das nicht. Wissenschaft kann man das jedenfalls nicht nennen. Gucken wir jetzt die ganzen Pflanzen an. Erst Kartoffeln. Wegen diesen Kartoffel-Batterien haben sie sich jetzt weitergepflanzt. Ich bin mir sicher, dass wir hier richtig sind. Ganz bestimmt. Hört sich nicht so. Ja, ja. Keine Sorge, ich garantiere dir, wir sind hundertprozentig richtig. Oder auch nicht. Okay, hier dann. Nicht mehr Fahrstuhl-Fahrräder! Entschuldigung, ich muss so kurz, ähm, schreien. Was wird das? Weiß ich nicht. Ich hab Angst. Johannes Proz, hör auf, Verführung zu schreien. Ich hab Angst. Hallo? Ha, ich wusste, wir sind hier richtig. Das ist der Nervengift-Generator. Er ist größer als ich dachte. Den können wir nicht einfach so umkippen. Jetzt ist Einfallsreichtum gefragt. Da oben ist so eine Art Kontrollraum. Da schauen wir am besten mal nach. Very good idea. Da unten werden die geschrottet, die richtigen. Ist zwar alles nur simuliert, aber für sie bestimmt gerade nur noch. Ah, was der da kommt labert. Wie geil, wenn jetzt die richtigen Kalifornien... Ich fürchte, die Tür ist verschlossen. Mit Hecken komme ich hier auch nicht weiter. Der Mechanismus ist... Oh. Das... Nein, nicht! Wer weiß, was die Tasse... Oh, die Tür ist auch gut gemacht. Gute Neuigkeiten. Ich kann hiermit das Nervengiftsystem außer Kraft setzen. Es ist allerdings passwortgeschützt. Der Alarm. Lockerbleiben. Kein Problem. Servicetum. Was? Dann sollst du nicht für den Arbeiten zogen. Legen wir los. Das Schwierigste beim Hecken ist immer... Wie soll ich anfangen? Also fangen wir an. Lasst die Spiele beginnen. Na schön. Was haben wir denn da? Einen Computer. Klar, das war ja zu erwarten. Hack das mal ab auf der Liste. Computer identifiziert. Hier ist so ein komischer Kasten. Da steckt wahrscheinlich was Elektronisches drin. Und ein Monitor. Ja, der könnte von Bedeutung sein. Den behalte ich mal im Auge, falls da irgendwas Wichtiges angezeigt wird. Zum Beispiel wie... Tief. Also ich will das wieder... Kaputt machen, ja. Die Schläuche muss schlöchig werden. Aha. Man sieht da zum Beispiel mal Wände, die hoch und runter fahren. Ich schieße einfach schon mal. Ja, das bringt nichts, weil jetzt... Ich weiß nicht, ob die jetzt wieder von vorne anfangen haben. Ähm... Lass der da auch noch mal... Okay, ich sag mal... Du hast... Du musst den mit Laser durchschneiden lassen. Aha. Ich muss nochmal gucken. Du musst da immer die ganze Zeit davorstehen. Da schütteln wir. Nein, oben rechts. Oh! Aha! Was soll das? Hä? Warum gehst du da hin, wenn da Glas ist? Ach, das ist Glas. So, und dann... Ja? Ich darf dir das befehlen, denn ich... ...vom... ...internationalen... Brichst du Nervengift? Warte! Die Nervengiftwerte gehen zurück! Was ist auch Rissen? Mach weiter damit! Scheiße. Warte, irgendwas stimmt nicht. Nervengift ist wieder rauf auf 50%. Nein, runter. Entschuldige, mein Fehler. Runter auf 15%. So ist es gut. Ah! Der ist so durft. Es hat geklappt. Nervengift bei 0%. Ja! Warte! Ah! Direkt. Der ist wirklich unkönig. Ah! Ah! Das muss kaputt! Wir können direkt zu mir durch! Ich kann nicht mehr! Kommt los! Oh, sie müssen gehen! Ah! Jetzt fliegt ihr genau zu ihr. Oh mein Gott. Ich glaube, das Spiel ist zu Ende. Das ist jetzt zu Ende. Ja, es war ein sehr schönes Lüft. Blablabla, lustig. Ja, aber erst müssen wir sie ja tot machen. Dann ist es zu Ende. So müssten wir direkt zu ihr gelangen, dass ich das noch erleben darf. Uuuh, haha, ich wusste, das macht Spaß. Die haben mir gesagt, das wäre total langweilig und ich habe das auch noch geglaubt. Ach, ich liebe es. Das ist spitze. Und... Nein, doch. Das ist riesig hier. Wir sehen nur die oberste Ebene. Das klebt noch meilenweit runter. Vor Jahren alles verriegelt. Wir müssten bald da sein. Oh, ich bin so gespannt, ob ich ein Gesichtsausdruck... Keine Ahn-Gifte, keine Türme. Das ist los, hier umhauen. Warte, warte. Womöglich habe ich den nächsten Teil nicht bis zum Ende durchdacht. Das ist die falsche Richtung. Geh zu ihr, ich komm nach. Danke. Ich darf wieder hier alles alleine machen. Ha, 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 ha. Das will ich auch schon machen. Aperture. Amplitude. Nee, der kann mir Tipps geben. Er kann dich zum Beispiel ersetzen. So, blaues Barsch. Wow, gut, dass das da steht. Ach, du, ich glaub, du... Hast du das rechte noch? Ja. Muss sein. Ja. Vielleicht ist das ein Fehler, das steht da jetzt die ganze Zeit. Ja. Das will ich nicht. Das soll aufhören. Wir warten erst mal. Nein, geh mal auf... Mach mal auf Escape und so. Geh dann. Option. Nee, ist das weg. Nee. Was hörst denn? Hm. Keine Ahnung, muss noch mal... Ich speichere mal und lade und so. Also mal eben kurz... Break!